Der Freitag gibt schon mal einen Vorgeschmack auf das Wochenende. Und das ist bombastisch. Der goldene Oktober setzt sich auch im November fort. Das RTF1-Wetter präsentiert von Rofo Kinderland. Rofo Kinderland, ihrem großen Spielwarengeschäft in Messingen. Leicht bewölkt bis sonnig, so präsentiert sich der morgige Freitag. Die Temperaturen liegen am frühen Morgen bei 6, am Nachmittag dann bei 15 Grad. Die Nacht auf Samstag wird klar bei 7 Grad. Nach Auflösung von Nebelfeldern am Samstag mehr Wolken als Sonne. Die Temperaturen steigen noch mal auf 17 Grad und es bleibt trocken. Der November beginnt sonnig bei Werten bis 17 Grad. Auch der Montag ist sonnig und mild. Das Wetter belastet den Kreislauf. Dafür ist der Schlaf ruhig, die Leistungsfähigkeit ist dadurch überdurchschnittlich hoch. Entwarnung gibt's bei den Erkältungen. Das RTF1-Wetter präsentiert von Rofo Kinderland, ihrem großen Spielwarengeschäft in Messingen. Das RTF1-Wetter präsentiert von Rofo Kinderland, ihrem großen Spielwarengeschäft in Messingen. Das RTF1-Wetter präsentiert von Rofo Kinderland, ihrem großen Spielwarengeschäft in Messingen. Das RTF1-Wetter präsentiert von Rofo Kinderland, ihrem großen Spielwarengeschäft in Messingen. Das RTF1-Wetter präsentiert von Rofo Kinderland, ihrem großen Spielwarengeschäft in Messingen. Bis zum nächsten Mal.